ahoi und guten morgen und guten tag und guten abend willkommen bei einem weiteren video hier auf diesem tollen kanal von kip supernova mein name ist flavo und ich moderiere die aktuellen ereignisse auf planet barb in der kreaturenphase wir sind immer noch in der kreaturenphase und jetzt haben sich viele bestimmt gefragt warum will er einfach nicht ans oder ins wasser gehen das so ein schönes grünes meer gut machen wir heute wir gehen machen heute einen spaziergang am strand und dann werden wir ja sehen was passiert spaß so Oh, ein neuer Tag. In der Kreaturenphase. Alles noch frisch. Alles noch frisch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, wir sind meine beiden Gefährten. Wir gehen erstmal was für mich essen. Oh, im Hintergrund schreit schon eine gewisse Kreatur. Oh je, oh je, oh je. Aber auf die haben wir heute keine Lust. Auf Twitter. Was da mit Twitter heißt. Machen wir erstmal einen schönen Flug. Den Geys hier. Ein bisschen aufwärmen. Wo ist das Meer? Wo ist das Meer? Wo ist das Meer? Wo ist das Meer? Ich wollte ja nicht reden. So, jetzt trödeln wir nicht rum. Wir wollen zum Meer. Das ist gut. Nein. Das ist immer der Täter. Bitte hör auf. Umhüft mit einem Eini-Bike. Oh, ist das lustig. So. 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 ein paar Snacks. War nicht nicht. Warum sind das für welche? Ach, das sind die Traubies. Wer kennt sie nicht? Die Traubies. Und da ist es ja. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Tweeter. Guten Morgen, Tweeter. Was machst du da? Was machst du da schon wieder? Der mag uns. Oh je. Hat er uns schon gesehen? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wir wollen doch gemütlich am Meer. Ein bisschen chillen. Und da sind die anderen Idioten. Stecken wir uns hinter dem Baum. Ich will schon wieder meine Gebärden verlieren. weg, 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 weg. wie ein gehetztes Tier im Geben von Raubtieren also wer möchte wer wissen will wie man sich so als Tier fühlt wenn der Jäger auf der Pirsche ist im Wald auf der Jagd ist dann sollte er auch mal das Wort spielen so Twitter ist weg der ist wahrscheinlich aufs Toilette gegangen oder ist schon in der Mupfel aber wir gehen an den Strand oh es wird langsam dunkel ach das ist romantisch wir gehen an den nächtlichen Strand ja an den nächtlichen schönen Strand auch einen Snack nam 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 so ich muss mich schlendern Wasser Platsch 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 ich weiß nicht ich hab irgendwie in diesen Schiss ans Wasser zu gehen aber ihr seid ja bei mir oder Freunde ich hab was gelohnt oh 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 wir spielen ein bisschen schwimmen schwimmen und la 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 Sunshine Reggae auf gewin zah Sunshine Anstand AAAAAAAH 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 Gefährliche Kreaturen lauen in der Tiefe waage dich nicht zu weit vom Ufer weg Alles Krasche Unsere Gefährdämmel sind noch da die behinder Vertummt Er ist in den Plastraum Tja und was werden wir daraus? Nicht alleine schwimmen gehen So, das war's fürs Erste. Wir genehmigen uns jetzt erstmal einen Mitternachtssnack. Und dann... ...wirken wir uns gemütlich schlafen. So. Ein bisschen Stück zum Spielen. Das war's für heute. Oder fürs Erste. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Bis bald. Tschüss. Achso, eine Sache noch. Am Sonntag am 1. März werde ich leider offline sein. Das heißt, es wird morgen kein Video geben. Morgen bin ich im Kino. Und werde mir mit... Das heißt, Kip wird im Kino sein. Aber ich werde ihn bleiben bleiben. Und wir werden uns vor Premiere von neuen Pixar-Filmen Onboard genehmigen. Ja, und wenn ihr wollt, dass Kip darüber ein wenig berichtet oder eine Film-Review macht, dann schreibt... Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder in der Kreaturen-Phase. Ich hoffe, wir werden dann bald die Stammes-Phase erreichen. Dass es endlich mal ein bisschen vorwärts geht. Mit der Evolution auf Planet Barb. Macht euch die Kreaturen-Phase auch so viel Spaß wie mir. Ja, ich hatte gerade sehr viel Spaß mit diesem Sinn-Ungeheuer. Ja, das ist eine andere Geschichte. Bis bald dann. Ahoi. Und bleibt neugierig. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.